Hallo. So. Hallo. Wir gehen jetzt da rein. Okay. Okay. Dann soll ich vor? Ich geh mal vor. Ja, wenn du möchtest. Geh einfach vor und... Okay. Warte, soll ich meine Waffe ausrüsten? Ich glaub... Ah, warte, ich seh's. Ich seh die Beine. Ist das so ne Olle? Ich kann das leider nicht erkennen, was das für ein Gegner ist. Wenn du dich hier hinstellst, siehst du das. Wo bist du denn? Hier. Da. Und wenn du dich dann duckst, dann sieht man die Beine. Aber ich weiß nicht, ob das so ne alte ist, oder? Ja. So. Das ist auch nur ein paar Beine. Ich geh da jetzt einfach rein. Okay. Ich komm dir direkt hinterher. Wow. Wow. Äh. Okay, ähm. Äh. Schlampenbabys. Die sind eigentlich gar nicht so schwer. Nein, sind die auch, glaub ich, nicht. Okay. Die haben mich aber gleich. Und ich will nicht draufschießen. Vorsicht, du bist recht tot. Ja, ja. Was lieber. Shit. Von wo müssen wir nochmal anfangen? Oh, ich glaub, wir müssen die Großen nochmal machen. Ich glaub, bis ab von der Tür. Wo wir durchgekommen sind. Äh. Ja, ne? Nee. Ja, die Großen nochmal. Okay. Okay, das war jetzt nicht so das Problem. Ich muss aber eben meine Waffen hier nochmal auswählen. Ja, ich auch. Eins. Aber ich hab wieder mehr Waffen. Hä? Wir hatten die Waffen davor gar nicht. Hä? Irgendwie ist das merkwürdig. Ich weiß, Bon. Also. Ich lauf schon mal und lock hier ein. Ah, da ist er schon. Oh, oh. Na? Okay, tut gut. Ah, brauche ich gar nicht. Okay. Dann locke ich mal den zweiten an. Und da kommen ja gleich auch wieder Waffen, also. Oh, wo ist das denn? Da, er kommt. Schnellt die andere Waffe. Na, jetzt stirb halt. Ah! Wow! Boah, er hat gerade schon ausgeholt. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Wow! Mann, Mann, Mann. Da hab ich keine Muni mehr. So, hier war nochmal Munition für jeden einmal. Da ist irgendeine Waffe. Aber ich hab eigentlich... Ah! Ich komm nicht dadurch. Mensch! Äh, dann nehm ich die einfach mal. Wo hab ich das? So, zwei. Drei. Eins. Mhm, okay. Los, eins. Ja, was? Ne, ich hab grad überlegt, aber ich glaub, die kleinen Biester können wir auch wohl mit dem Schlagstock machen, oder? Ja, ne? Ja. Das kriegen wir schon hin. Sag mal, warte, da ist auch nochmal Muni. Ja? Ja. Hast du schon genommen? Oder hast du genug? Ich hab noch ein bisschen was drin und noch eine Ration. Wie viel hast du? Ich hab noch voll und gar nichts mehr. Okay, dann nimm du noch. Okay. Okay, ähm... Was meinst du, was ist effektiver? Der Schlagstock oder das Holz? Not really a weapon. Ach so, okay. Okay, dann der Schlagstock, ne? Okay. Okay. Dann... Wie viele sind denn da unten? Hast du das noch gesehen? Bestimmt sechs oder sieben insgesamt. Würd ich jetzt behaupten. Los. Ah, ich komm nicht runter. So. Ich schieße jetzt doch. Hätte ich wahrscheinlich auch machen sollen, aber... Scheiße, nur 15. Hui. Okay. Okay. Die scheiß Babys sind weg. Aber es ging. Blöde Biester. Und man kann sich nicht mal die Messer von denen nehmen. Warum nicht? Nimm mal deinen Dingsbums, deine Spritzen. Erst mal ein bisschen was reinspritzen. Erst mal ein bisschen Glitzer spritzen. Oh ja, ich spritze mir jetzt Glitzer. Bling. Du musst dieses Baby-Blox-Berg-Dings einfügen. Ding. Hex, Hex. Achso, das meinst du? Ding, ding. Ja. So, okay. Durch die nächste Tür. Warte. Okay. Bereit. Ich schaue, ob ich irgendwo nachladen oder... Drei. Was ist bei drei? Ich schaue mal mit allem nachladen und so. Okay. Ich bin bereit. Beförderung. Ich bin bereit. Beförderung. Bereit, wenn du es bist. What? Äh, loading? Los, loader schon. Oh nein. Wo sind... Achso, okay. Ich hatte plötzlich das Ding in der Hand. Ich sehe da hinten schon einen. Wo sind wir denn? Achso, hier. Okay, warte. Ich sehe schon einen. Der ist rechts. Okay, was ist das denn? Oh, Kapitel 10. Ah, cool. Na komm, stirb. Ich schaue gerade. Ich bin gerade links rum. Ach, links geht es auch noch weiter? Äh, nee. Das ist nur der Parallelgang. Achso, in dem Gang meinst du. Ja. Okay. Ah, ein Krabbelspasti. Gebe weg. Du bist so hässlich. Was ist los mit dir? Hatte deine Mutter keinen Bock auf Sex? Ob du behindert bist? Oh, wir sind voll... Wir sind voll die oberflächlichen Zicken. Wir sind voll die Aslags, ey. Okay, dann schauen wir mal. Ich gehe da jetzt mal runter. Oh, nein. Ja. Okay, ich sehe nichts. Okay. Dass es so schön ist wie du. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da rein? Oder ist das bestimmt nur so ein separater Raum? Oh, hier ist irgendein Gewehr. Oh, oh. Bullingkugeln, yeah. Geil. Möchtest du das nehmen? Oho. Ja, nimm du das mal, weil ich habe diese andere Pistole schon genommen. Okay, dann nehme ich die mal. Boah, Kitty mit der Megawaffe, cool. Yeah. Okay, jetzt habe ich die ausgerüstet, aber ich will die noch gar nicht ausrüsten. Ich gebe die mal noch auf. So. Hä? Wieso habe ich die jetzt immer noch? Ich habe die doch gar nicht draufgelegt. Zwei. Äh, eins. Das ist gerade hier ein bisschen wie so ein Schwimmbad. Regler. Aha. Wie sah Hänschen. Ah, Hänschen klein. King Island. Oh, was ist das denn hier? Was liegt denn hier pinkes? Oh, Seife. Nein. Nicht die Seife aufheben. Irgendwie muss ich bei der Seife an Fight Club denken. Nimm mal du die Spritze hier noch. Ach, das ist eine Bowlingbahn. Stimmt, das kommt mir jetzt bekannt vor aus dem Singleplayer. Hallo, was ist hier? Was? Hier, ich sehe nichts. Aber hier, Fight Club, die Seife, ne? Ist doch auch mit dem Dingens und so. Ich persönlich habe Fight Club noch nie ganz angeschaut. Was? Dann weißt du ja gar nicht, wie der zu Ende geht. Ich muss mal hier kregen. Äh, ich weiß, ich weiß es schon. Oh, ich glaube, nee, doch nicht. Ähm, aber ich finde es irgendwie, ich fand den Film so, die ganze Zeit so dämlich, dass ich mir dachte, dieser Aha-Effekt würde ihn auch nicht mehr besser machen. Ich hatte so keinen Bock mehr. Was? Fight Club ist voll gut. Das sagt jeder. Also, weißt du, es ist ja wie bei das geheime Fenster. Da kommt am Schluss auch dieser Aha-Effekt. Aber der ist wenigstens die ganze Zeit gut. Aber ich fand den Film die ganze Zeit nervig. Ich habe dann wirklich den Schluss weggemacht. Vielleicht sollte ich ihn einfach nochmal anschauen. Ja, solltest du nochmal. So, weiter geht's. Irgendwas hakt gerade an meiner Maus. Sollen wir links oder rechts? Ach du Scheiße, da will ich nicht hin. Los, wir können do it. Äh, wir können do it. We can do it. Was ist das denn? Was zum Teufel? Geh, wer ist tot? Alter, was ist das denn, ey? Äh. Das waren magersüchtige... Oh, meine Wichse sind so... Entschuldigung, liebe Leute. Magersüchtige Irre. Oh, hier ist noch eine... Ah, die nehme ich dann jetzt, ne? Das ist die gleiche, die du auch hast. Ja, 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 das stimmt. Ich will mich an dieser Stelle übrigens entschuldigen. Wofür? Für den schlechten Winz. Ja, warum? Man darf doch das Wort magersüchtig sagen. Na gut, stimmt. Die waren aber wirklich sehr, sehr dünn. Ja. Außerdem hätte ich gern die Figur. Wir sagen ja auch, boah, guck mal, sind die dick, wenn irgendwelche Dicken kommen. Das stimmt. Dann darf man auch sagen, boah, guck mal, sind die dünn. Äh, ich hab Angst. Oh, Mann. Du bist aber auch hart im Nehmen, ne? Muss man mal sagen. Du rennst einfach so auch rein, ne? Oh Gott, hier geht's runter. Und dann heule ich gleich wieder. Okay, jetzt haben wir... Hier ist nichts. Warte, da war's. Sollen wir erst mal da hoch, oder? Ja, das ist die Frage. Lieber hoch oder runter? Komm, wir gehen hoch. Ich hab... Ja, okay, ich hab das Gefühl... Hier ist gar nichts. Okay, wir müssen runter. Oder? Wo kann man da durch? Please... Ach, nee, okay. Da müssen wir warten, bis jeder fertig ist. Also müssen wir bestimmt erst mal hier gucken. Oder? Weiß nicht. Gucken wir schon die Treppe runter? Ah, ha, ha, ha. Das erinnert mich jetzt an SCP. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Guck mal, bitte. Was? Warum ist hier Munition und warum ist hier eine Spritze? Und warum ist hier so eine schwere Tür? Ich nehme mal schon meine, meine, mein Dings, ne? Mach mal. Es ist ja eigentlich immer, wenn ein böser Gegner kommt, ne? Ja, deswegen, ja. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Dann nehm ich mal die Spritze hier. Und, ähm, Muni, technisch, wie viel hast du da noch? Ähm, ich glaube, ich hab noch genug. Nimm du mal. So. So. Also ich nehm auf jeden Fall die Waffe hier. Wenn wir da durchgehen, auf jeden Fall. Diese schwere Waffe. Ja, ja, diese, die wir als letztes gefunden haben. Okay. Äh, müssen wir hier durch? Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal probieren. Äh, ne, da müssen wir nicht durch. Gut, dann müssen wir nach oben. Ich lache gerade nur, weil ich echt Angst habe. Äh, ne, da müssen wir nach oben machen. Warte mal, haben wir schon wieder ne Folge? Dann können wir einfach wieder so nen Cut machen. Äh, gleich haben wir so ne Folge. Na, du hübscher. Na, wie witzig du aussiehst. Ich sag, du bist hübsch und du. Haben wir eigentlich wohl den gleichen Skin? Also, seh ich genauso aus wie du? Ich glaub, ich hab ne anderen, oder? Ich fand nämlich meinen und sah irgendwie komischer aus. Hm. Naja. Na gut. Ja, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Wenn wir hier durch die Tür gehen. Ja, tschüss. Tschüss.